hallo und herzlich willkommen bei lost in morgue so heißt dieses spiel dass ich euch heute vorstelle und ich würde sagen nicht lang schnacken koppeln nacken neues spiel benutze wst um dich zu bewegen benutze die linke maus um etwas zu schlagen und die rechte maus um etwas zu kicken du kannst sie benutzen für den special attack und schiff zum deutschen wir probieren es aus funktioniert nicht okay ja ist die f war ein waifu kissen ich habe eine menge glück dafür gegeben das ist meine sünde meine tiefe dunkle sünde ich muss es als ein geheimnis bewahren ich habe meine switch gefunden bei dem sessel ist das hier hey was kann ich jetzt machen okay wir müssen es anschenken kicken cv special okay ihr wisst alle was das ist schauen wir uns erstmal um einige wunderschöne blumen und e mails briefe sorry eine good night rest time to start today aber wir haben also eine gute nacht verbracht und jetzt ist es zeit was ist das hier für paket was kann ich jetzt mit der switch machen ok dann machen wir schon hier können wir nichts machen werden sie gucken ich weiß du bist nicht bedingst fürs tv gucken im bett aber einige manchmal willst du einfach nur im bett chillen und dann tust ein bisschen knuspern und ein bisschen trashed fernsehen oh gott das ist und da mache ich mich also fertig okay wir müssen auf die toilette bevor wir unseren streams starten also ich weiß nicht um was genau wo ist die katze also wir müssen ja erst mal aufs klo bitte einmal weg gucken ok irgendwas ist hier an der nicht das singt totali des kloppt rutsches lette also sink ist ja hier wir haben jetzt das komische ding gefunden jetzt müssen wir hier ok ok wir brauchen also die switch um unseren ordentlichen schiss zu machen lost in malul ach so so heißt das spiel lost in malul wie komme ich denn auf mal das war ja wunderbar katze bist du es ok da komme ich nicht hin ok achtung hier werden wir sammeln coins ein wir haben gar keine task also ich weiß nicht was ist denn hier los der bus was ist denn das hier kommt der morgendliche der morgendliche schiss kommt da mit uns mit ne doch nicht wir können ihn kaputt machen wow lull cooler kann man hier was machen ich komme hier nirgends wo ran naja ok was solls ne schauen wir erstmal wir wollen wer hat ja gesagt gehabt der will irgendwie stream starten aber oh nein der chat oh nein alter ok wir catchen uns hier einfach durch der chat ist voll im ausrasten anscheinend chat ich verkloppe euch jetzt haben wir es jetzt jawoll es erinnert mich an die alten spiele aber schade dass wir hier nicht dass die pop war warum kommen wir da gamba gamba wow oh nein ich habe keine special attack mehr warum und noch mehr chats ich glaube das sind alles hate hate chats sonst müssten wir die nicht verkloppen und warum werden die nicht eigentlich nicht überfangen das ist ein bisschen schade ach komm schon chat so da sind mäuse aber mit denen kann ich nichts machen sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön das sind ich glaube das sollen die emojis darstellen die schießen auf mich was stimmt denn bei euch nicht ich habe euch nichts getan so 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 ich jetzt alle ne da ist noch einer so sehr schön zack zack ich will meinen stream starten warum kann ich denn meinen stream nicht starten äh okay was du sagst jetzt nichts okay gesundheit haben wir gemacht hat alter was für ein nicer truck h2o kann ich auch nicht holen kann ich vielleicht irgendwas ne kann ich nicht komm her sehr schön naja seht ihr das läuft auch also wenn ihr nicht wenn ihr nicht artig seid im chat und irgendwelche emojis spammt oder so ne werdet ihr eiskalt hier von uns niedergemacht klingt doof aber so ist es ja okay ich komme hier nirgendwo durch ach hier unsere spezies da sind sie wieder damage haben wir wieder aufgewertet sehr schön so wir laufen nicht auf der straße aber wo sollen wir denn unseren stream starten das habe ich nicht verstanden okay ihr wollt es nicht anders ich kann keine special attack machen ist aber schade so können wir jetzt weiter nee wir können noch nicht weiter da kommt noch der chat so jetzt aber oh ne schulkröte pixel cam hier one pixel cam wir sollten doch zu one pixel cam oder äh ach gottchen ach gottchen was haben wir da oh ich glaube ich wurde gerade überfahren so kommt jetzt noch was wir sollten doch zu one pixel cam hm schwierig schwierig 100 warum komme ich denn da hin zu was ach du jemini wer bist du denn okay wir müssen das chimera biest okay alter was stimmt denn eigentlich nicht wir haben noch drei lebens oh mein gott es verfolgt mich okay kommen wir schaffen es okay wir schaffen es nicht was ich muss wieder anfangen das ist aber schade also ihr könnt euch das spiel auch holen wenn ihr selber mal zocken wollt komm ich denn eigentlich nicht wieder nach hause rein ich wollte mich ich hätte mich da gerne noch mal rumschauen wir gucken nee nee wir können hier nichts machen okay neuer versuch neue runde neues glück so ist die cola zack zack und die emojis das sind die kacke menschen so jetzt haben wir zwei von den kugeln guten abend guten tag je nachdem so ich laufe fast so schnell wie die autos fahren oha und da ist er wieder der chat so chat kümmern wir uns erst mal um mäuschen ne so haha wofür brauchen wir diese coins so ich wollte mal gerne was gucken okay nee ich dachte es gibt vielleicht sowas wie einen speicherpunkt oder so gamba gamba ah ok chat ich habe mich jetzt mit man kann mir ja mehr haare gaueln so hui das war knapp ähm ich weiß nicht ob wir hier ein let's play oder einfach nur ein let's test machen aber man ist ja immer stets bestrebt das beste aus etwas raus zu holen aber und die kacke menschen sind auch schon wieder da so die fied ab sehr schön so warum kann ich das herz nicht ah jetzt mein roundhouse kick hier zack ich weiß das ist kein roundhouse kick warum ich habe euch nichts getan ich will eigentlich nur einen stream starten so hieß es jedenfalls oh was da ist noch einer und noch einer so na komm so sehr schön im shit man gibt es übrigens zwei prozenten ich wollte euch nur gesagt haben wenn ihr jetzt also in shit man kommt dann zwei prozent rabatt außer auf tiernahrung okay so gleich alle drei mit einmal wunderbar so wunderschön weiter geht's weiter geht's neue runde neues glück wer hat noch nicht wer will noch mal ich will nicht sterben habe ich keine lust drauf der chat ist wieder so aggressiv heute da muss man sich ja echt in acht und da kommt noch mal die chat vorbei und ich bin auch dabei zack das haben wir sehr schön und wir haben wieder nur drei aber ich könnte bröcke mal aus oh nein 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 ich wollte das super okay das lief gut das lief gut da ist ein monster oben drauf kann ich hier eigentlich runterkicken nee kann ich nicht so 100 players hier waren wir und jetzt kommt hier der komische hä ich kann ihm nicht ausweichen dann was erinnert mich diese figur ich glaube den schaffe ich nicht naja okay dann würde ich sagen wir probieren es vielleicht noch mal einer anderen folge und sehen dann mal weiter und ich habe gesehen wir können aber wir können speichern mini game wir können jetzt hier also einen chat uns angucken okay okay die können wir hier anscheinend alle nein du machst hier einen neuen account weil du gebannt wirst und du weil du böse bist äh bitte was nein okay wir müssen hier also chat durchlesen und immer bestimmte sachen rauskicken und zack was passiert eigentlich wenn wir jetzt alle hier oben also current street one okay aber sonst können wir hier nichts gucken naja gut das war es auf jeden fall lost in malul erstmal für heute wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder mal sehen vielleicht kann man ja noch irgendwas machen vielleicht kann man ja noch irgendwas machen